jo Freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute präsentiere ich euch die Goldfunken das Goldfunken Raketensortiment von Funke nagelneue Raketen in 2017 schaut euch diese Teile an wirklich vom allerfeinsten da seht ihr mal die Effekte wir haben hier 120 Gramm Meg da wird schon ordentlich was bei rum kommen das ist CE und F2 für den deutschen Markt geeignet so und jetzt geht's auf zur Zündung bis gleich und jetzt geht es weiter mit dem Goldfunken Raketensortiment von Funke die werden wir auch doppelt schießen jeweils gelbe blaue und rote haben jeweils schon die Kappen abgemacht ist das besser zu filmen richtig schöne Zerleger richtig schön breit gefächert jetzt die gelben wunderschönes Design wow der absolute Hammer das kommt bis zum Boden zurück richtig schön lange Stand sein und die blauen wunderschönes altes Design wie in den 70er 80er Jahren so und Zündung so wenn euch das Video gefallen hat dann lasst mir doch gerne ein Like da so bis zum nächsten Video Pyros haut rein